yo freunde yo freunde was geht was geht willkommen zurück zu einer neuen folge bei mir auf meinem kanal beim alex ist so ich bin da und heute nehmen wir eine folge days gone auf die kampagne währenddessen erzähle ich euch so ein bisschen einzelheiten von meinem leben was in den nächsten tagen passieren wird und in den nächsten tagen werde ich dazu auch einen vlog aufnehmen noch mal alles detailliert zu erklären in diesem sende würde ich sagen viel spaß beim video genießt es habt spaß lehnt euch zurück macht die lautstärke ein bisschen höher es kann auch ein bisschen extrem laut sein deswegen nicht zu hoch drehen ich würde sagen let's go viel spaß beim game und mit mir so freuen da bin ich wieder heute ist ein tag der super tage muss ich ehrlich gestehen denn heute ich bin komplett allein im haus das deswegen werde ich auch eine andere art von blogs auch machen in dieser zeit ich werde auch wieder gameplays machen ich habe heute ehrlich gesagt ja ich hatte normalerweise ist das so vor bei mir weil ich gleich noch keine bildschirme habe aktuell das wissen die einen anderen warum das so ist und ich habe normalerweise ein schlafzimmer hinten wo man bett steht manburg springbett mit leds im blauen neister steht auf jeden fall auf jeden fall habe ich nur einen großen flachbildschirm momentan weil ich vorher nur ein raum hat jetzt mittlerweile habe ich drei räume das heißt ich habe ein schlafzimmer ein wohnzimmer ein büro bereich was ich noch einrichten möchte komplett dann streaming bereich ist youtube gaming schneide ecke wo ich meine videos mache und twitch streamer also deswegen musste ich den von schlafzimmer bereich wieder mein wohnzimmer bereich über schleppen und das war das ding freunde das war das ding habe ich ja vorher erstmal mit ein geputzt da sieht er wieder einzigartig glänzend aus und ja freunde der pc wird nächste woche 23 august kommen wer das noch nicht weiß wenn ich das hier nochmal sagen der neue computer wo die aufnahmen noch ein bisschen detaillierter besser von der qualität sind wo eine bessere grafikkarte drin sein wird die auf jeden fall sehr große leistung haben wird es ist keine rtx oder so aber es ist auf jeden fall eine preiswerte grafikkarte in die gtx von nvidia die auf jeden fall 4k unterstützt also können wir sozusagen aufnahmen auf jeden fall zu 100 prozent kann ich auf 4k zocken und aufnehmen könnte ich auch 4k nur hochladen kann ich 4k nicht ich probiere was funktionsfähig ist weil dafür bräuchte ich eine andere gamecatcher card weil die elgato geht nur bis 1080p dann bräuchte ich 4k elgato und die kommt erst nächstes jahr mit den hmpc mit dem wasser gefühlten hmpc ja freunde genug gedauert wir machen erstmal die story jetzt weiter ich gehe auf ein moped drauf habe ich genug benzin das sieht schlecht aus 63 prozent reicht mir jetzt nicht so ich habe schon lange nicht mehr gezockt über eine woche keine plays immer angehabt muss ich ehrlich sagen wo müssen wir hier hin ich muss ein bisschen leiser machen weil es ziemlich laut ist hier hinterher hört ihr wirklich den sound nur mein mikrofon von meinem headset wo muss ich lang was ist das denn in der flasche immer doch ja gut ich würde sagen hier war ich beim letzten mal haben wir weiter gemacht an dieser stelle waren wir da oben glaube ich mit der ein geschichte ja das war's wo war das ich weiß zurück zu der mission wo wir hinmüssen es ist mal noch laut hier das moped verrückte ich mal hier du dickes ding man trotzdem bräuchte ich mal benzin oder sowas ich lass mal ein bisschen rollen moment freunde da war was das brauche ich auf jeden fall dankeschön na ist der shit das ding ist ganz schön laut aller menschen hast du für motor eingebaut wo es gefällt mir so ein richtiges bike man aus der was für mich im echten leben wo das ding zieht leck mich fett man leck mich fett das ding zieht nach vorne hat da du sollst du nicht so im brachial hier gas geben okay in stück scheiße man das war die falsche ja baby beim schicker baby so läuft das der ich hatte hier doch irgendwo eben alter hört sich das so laut an spannt du kleiner wichser das war krass baby wie bückt man sich nochmal okay wie bislang von hinten das war krass baby wie bislang von hinten ich hatte ich hatte ich hatte ich hatte Halt einfach deine Schnauze, Mann. Du bist ganz schön nervend mit deinen Gehäbseln. Ah, wild. Wie lange her, dass ich mich so gesehen habe, in der Kamera, Mann. Wie lange her ist es? Freut mich. Man soll ja nicht immer bei Vlogs bleiben, ne? Die Vlogs, die gehen auch schon klar, aber ab und zu mal ein bisschen Gameplay muss auch mal sein. Denn dann kommt die gute Laune wieder. Mal ein bisschen Abwechslung in den Kanal zu bringen. Brauchen unbedingt Sprit, Freunde. Das ist eine Tankstelle da vorne. Die brauche ich. Düster hier. Oh, ah, okay. Und ich dachte, wäre eine Tankstelle, Mann. Hat sich gelohnt, ob... Moment doch, Moment doch, Bruder. Äh, sieht nicht allzu wütend aus. Auuuu. Diese Wölfe hier, Mann. Ist mal so geil. when sin da vorne. Wie lange her, Mann. alter hinterhalt hinterhalt alter alt alt was ist das denn man du bist stress alter dann zeichnen was stress ist man auch ein stückchen das war eine miese scheiße wunderbar neu war am start und dieser wichser hat mein moped geschrottet 6 prozent 83 prozent kaputt soll ich das noch mehr geben wir sollen das gehen man geht das nicht eigenartig okay wir gehen weiter was sagt er so Das war's für heute. Ah, es wird dunkel. Warum? Muss ich mich deaktivieren? Soll ich anlassen? Hier mache ich den Schnitt. Die Ladebildschirm, wir brauchen doch nicht sehen. Bis gleich. Was zum Tauschen? Verdammt. Du warst wieder da oben, oder? Obwohl du das nicht solltest. Ah, kannst du einfach mal damit aufhören? Ich jage doch nur Freaks, Booser. Verstanden? Wegen dem Kopfgeld. Deshalb treibe ich mich da oben rum. Alles klar? So, Freunde. Wir haben hier einen Hubschrauber zu verfolgen. Ich sehe schon, wir müssen einen Helikopter verfolgen. Ich weiß nicht, was er genau möchte und was wir tun müssen. Aber ich tue einfach mal das, was das Spiel von mir möchte. Obwohl ich sterben sollte. Dann ist es so, Freunde. Wir müssen trotzdem ein bisschen leise vorgehen. Oh, scheiße. Jäger. Alter. Alter. Willst du mich natschen? Ah, du kleiner Wichser. Alter, ich bin fast tot. Jäger. Ich weiß, Mann. Komm, steige auf. Gib Gas. Der Moped ist richtig schnell, Mann. Krasser Scheiß, Mann. Richtig Turbo Boost hier. Ah. Oh, 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 warte, warte. Die werden langsamer. Ich glaube, die halten an. Verlaubte Scheiße. Die, die, was ist da los? Verdammter Mist. Was ist los? Alles okay? Nein, 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 alles gut, wirklich. Das waren wahrscheinlich nur Warnschüsse, sonst wäre ich ja schon tot. Die, weißt du noch, als ich sagte, dass du lebensmüde bist? Ja, 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 ich schaff das schon. Dicken Ende. Okay, dann machen wir weiter. Du bist nimmst müde, ich weiß. Die Betäubung wirkt nicht. Oh, doch tut sie. Sonst hätte das Wicht hier schon längst den Kopf zerrissen. Doch, beeil dich. Scheiße, du rückst dich, verdammt. Sie kommen. Ich bin gleich so weit. Was machst du denn? Was, wir hauen ab. Shit, los geht's. Los. Abbrechen, abbrechen, abbrechen. Los, los, los. Einladen, einladen. Dann bloß jetzt. Oh, scheiße, ist das ne Horde? Hallo, was habt ihr Penner verlegen lassen? Freunde, das müssen wir uns schnappen. Wird aber nicht so einfach wegen der Horde. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Das mache ich mit euch zusammen in der nächsten Episode. Denn das hier ist schon wieder zu lang, wie ich sehe. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Lasst ein Dämpchen da, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr noch eine Folge sehen wollt, dann kommentiert das Ganze unten in die Videokommentare. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und immer schön stabil bleiben.